unglaublich leckere curry hähnchen fahne leute die werdet ihr lieben sie geht total einfach zu hause nachzumachen und ist ganz fix zubereitet ich zeige euch jetzt wie es geht die ist so lecker zuerst braten wir unser hähnchen schön goldbraun an danach dünsten wir unser gemüse brokkoli paprika und karotten nun kommen die kokosmilch hinzu mit den gewürzen und der leichten sahne das ganze jetzt schön köcheln lassen dann kommt die speisestärke hinzu edamame hähnchen rein und genießen viel spaß beim nachmachen und guten appetit ja